Herzlich Willkommen euren Freunde zurück zu einer neuen Runde Among Us zusammen mit Simon, Lexi, Magnus, Leon und Conny Habe ich jemanden vergessen? Und mich natürlich Wohin muss ich überhaupt nicht... Achso, ich muss doch... Oh nein Mann, in jeder Folge muss ich diese Kacke hier machen Okay, diesmal Konzentration Diesmal Konzentration, das schaffe ich So schwer ist das gar nicht Eigentlich kann ich das auch Wie man es hier sieht Düt, 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 und düt Perfekt, Leute Och, endlich, endlich habe ich die sch... Das schöne Ding mal geschafft Genau, ja, heute sollte auch noch um 15 Uhr... Oh, hier ist eine Leiche In den... In den Sie's Lieblingsraum Also, ich habe Conny und wir haben fast die ganze Zeit gesehen Fast, fast Ich habe niemanden vergessen Ey, das ist... Jetzt ist Kacke Ne, doch, ne doch Also, ich habe Conny und Leon fast ganz allein gesehen Kacke Wo man da tippen muss Dieses tippen danach machen muss Ah ja, Moritz, ja klar Links oben, Mitte, Mitte, rechts Äh, wer genau ist Moritz Äh, Granger Okay Wow Entweder ist es Simon oder Moritz, das kann nur einer von den beiden sein Deswegen, wow Ja, es ist halt 50-50 Mal sehen, was geht Vielleicht kann es auch jemand von euch gewesen sein Nein, das kann nicht sein, wir waren die ganze Zeit an der gleichen Stelle Obwohl, jedem kann's... Also, jedem kann's noch sein Ne, 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 ne... Du warst die ganze Zeit rechts hin Er war die ganze Zeit bei uns rechts oben Eigentlich schon Conny könnte sein, der ist als letztes gekommen Alexi, du hast mich gesehen die ganze Zeit Ja Also, ich werd für Moritz Moritz hat manchmal solche Müsse Ja, sorry Moritz Hä, wonach entscheiden wir denn jetzt, ob's Moritz oder Simon ist? Ja, 50-50, kein Flip, werfen wir eine Münze oder so Ich werf ne Münze Ich hab keine Münze Ich werf das hier Da ist das, Simon Es ist Simon, es tut mir leid Thank you Okay, mal sehen Wieso suche ich ein Schleiche? Aber guck mal, egal was ich gemacht hätte Weißt du was, ich reporte nie wieder mehr ne Leiche Ganz ehrlich Also, werdet jetzt den Post aus Oh Scheiße, das ist Simon Ey, am Ende ist es Liam Oh mein Gott Ich hab Angst vor Liam Ich hab mich einfach rausgeschmissen ohne Grund So Conny, passiert da was bei den Tasks? Hm Alarm, okay Ja Doch, Conny, ist es vielleicht nicht Wer War es? Simon? War es Simon? Mal gucken, ob er gleich ne Antwort bekommen Ich mach die Tats jetzt einfach nicht, ja Aus Protest Protest? Ja Protest Ne Protest Mit R Brrrr 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 Es ist... Oh Scheiße Wo ist er gestorben? Alter, das weißt du nicht Was? Na jetzt ist doch keiner gestorben Ach ne, wer muss rausgehen Ich wollte nur... Also ich dachte, weil wir uns halt so sicher waren, dass es Simon ist Wollte ich jetzt einfach Schwierig Aber Lexi kanns wirklich nicht sein Es ist entweder Liam, der uns richtig hat Aber ich hab Liam so oft gesehen wie dich Conny Ich glaub es ist Leon Ich hab ihn auch gesehen die ganze Zeit Ich auch Er ist nur ganz bisschen vor mir gar nicht Dann bin ich nicht los Dann bin ich nicht los Dann bin ich nicht los Okay GG Okay Okay Ey, wärs Liam gewesen, ey Es wär so unfassbar unmöglich Lass mal die Tasks wieder runter machen Aber dafür einfach den Killkuil und rein Wollte ich auch grad machen, sorry Das war zu viel Egal, das waren 20.000 Aber ich muss sagen, den einen Kill, den hab ich schon echt gut über die Runde gebracht Mach mal einen LongTask und zwei Kommentars So? Ich muss mal kurz hier... Ja, ein Killkuil und mach mal auf 25 Was mit Moritz? Ich muss kurz reconnecten Okay Mein Herz hat so angefangen zu schlagen, als da stand Impostor, Alter War's nicht deine erste Runde? Ne, es war... Ich war die Runde noch gar nicht Stimmt, einmal haben wir ja alle aussehen Und auf dem Handy hab ich einmal Impostor gespielt, aber da hab ich so komplett scheiße gewonnen Ja, einmal bist du dort durch die Lüftungsschächte gegangen Stimmt Das war mein Moment Ja Oh mein Oh Oh Wieder hier Normal... Oh, ich muss hier oben hin Erstmal Müll Weg mit dem Müll Pool Holt Nebenbei guck ich heute außerdem die Höhle der Löwen Denn die sind irgendwie immer erst so spät da, ja, um 21.35 Uhr Und... Oh Es ist schrecklich, Leute Es ist schrecklich, ja So wie es ist Und da läuft jemand weg So Upload Der dauert drei Tage Okay, vielleicht doch nicht Ah Mann, 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 Mann Aber es macht echt Spaß Dieses Spiel macht echt viel Spaß Oh, warte Ich muss ja noch da hinten noch Was ist denn noch hier an den... Dingsi So, falls gleich Conny tot ist, ne Dann wissen wir, dass wir ihn nicht reporten werden Oh nein, Lex ist hinter mir Ich möchte nur gucken Ob hier jemand tot ist Ist hier jemand tot? Und... Oh Vier Leute sind hier, okay Das ist Auf jeden Fall sehr interessant hier Im Todesraum So Und raus mit mir Oh, wow Toll Wir sind einfach eingesperrt Toll Wir sind einfach eingesperrt Ähm Conny Gehst mal bitte weg Danke Du musst hier hin Gut, gut, gut Oh Ist ja oben jemand gestorben Ne, ne Sah nur so aus Oh, hier Hier ist ein Toter Ja Es ist der Tanker Es ist der Tanker Äh Im Reaktraum gefunden Im Reaktraum Bei Admin Ja Ist jetzt schon zwei tot Wo... Also Simon war die ganze Zeit bei mir Und Moritz eigentlich auch, oder nicht? Ich weiß jetzt gar nicht wer gest... Wer da lag Ob es Lexi war oder Magnus Grün Ja ist ja egal Ist eigentlich egal Wir waren noch die ganze Zeit zusammen, oder nicht? Äh Ja eigentlich schon, ne? Ja Ja, let's go Ah, sorry Leon, es war unlucky Ja, Leon oder Simon Simon war mit uns eingesperrt Ne, Simon war mit uns Vielleicht dachte er, er wäre alleine mit dir Ach, das... Das rafft Simon noch nicht Oder Leon hat uns eingesperrt, aber ich weiß es nicht Ich denke, Leon war uns Es war halt unlucky, dass wir alle zu dritt rumgelaufen sind Zu dritt? Weiß nicht Simon hab ich nur kurz... Ja, aber es teils Ich hab Simon öfters gesehen Ja, Simon würde nicht gleich zwei auf einmal anbringen Wenn's... Es ist entweder dir oder Moritz Ich kenn mir nicht sicher Hallo? Ich war die ganze Zeit bei dir fast Eigentlich schon, ja Okay, Simon Jetzt ob mich Simon wählt Das ist er auch wieder, ja Wählt sich nervös Ja, es war bad von mir Ich hätte Lexi nicht umbringen dürfen Du hast uns alle drei eingesperrt Mhm Ja Ich hab euch alle drei eingesperrt Ich hab euch alle drei eingesperrt Und dann Lexi umgebracht Ich stand da schon Ich stand da schon Du, hab's so weiß von hinten ranlaufen sehen Und hab mir so, ja, kommt das war's Warte, 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 warte Oh Gott Endlich Und Clarissa, oder wie sie hieß, ne Charlotte, ne Das wird eine tolle Episode Äh, so Wir müssen natürlich wieder hier hin Wir sind schon wieder kein Imposter geworden, ne Das ist ja hier Mist Mist, 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 Mist Oh nein, der Tanker ist da Ich muss ja schnellstens weg Schnelli, schnelli Kodelli Leute, das Sommerhaus der Stars geht jetzt bald wieder los, ne Ich glaube am Sonntag Da freu ich mich ja schon mega drauf Junge, ne Dieser Typ Der, der, der will mich auch haben, ne Der will mich einfach haben So Woher muss ich überhaupt Ich muss bestimmt zum Atmen bereiten Ich wusste es, dass ich hier hin muss Ich wusste es einfach So Ach Leute, ich hab außerdem was festgestellt, ja Äh Och, Alter Schwede Wenn ihr zur Zeit keine Spülmaschine habt, ne Dann Och, Alter, ich krieg's nicht mehr hin Ich krieg die Scheiße nicht mehr hin Äh, dann kauft euch auf jeden Fall keine roten Zwiebeln Das ist nämlich echt Äh Schrecklich Und stinkt die Hütte voll Ganz ehrlich So Ja, ich, ich Bekomme diesen Scheißgeruch Äh, diesen schönen Geruch Nicht mehr raus Warte, achso Ich muss hier Tanki, Tanki machen Ähm, von den Zwiebeln Die ganze Hütte stinkt Und es nervt mich einfach Sowas von Es nervt mich einfach Ich hab jetzt einfach Meine Nachbarn gefragt Ob wir Die haben zur Zeit eine Waschmaschine Äh, eine Spülmaschine Ich gerade noch nicht mehr Ist nämlich kaputt Äh, ja Ne Die haben jetzt Die geben mir morgen dann meine Sachen wieder Meine Bretter und so Ist jetzt ein kleines Brett Ja, es stinkt alles voll Es stinkt einfach alles voll So Schon wieder hin Ich find's also Bis jetzt ist noch niemand gestorben Ich glaub ich geh mal in den Elektriker rum Der Nächste kommt da gerade raus Da ist aber niemand Okay, da ist niemand Noch mal Glück gehabt Also irgendwie Ist die Runde hier noch recht, ne? Zaghaft Noch niemand wurde gefunden Ist natürlich vielleicht auch ein Äh, ne? Ist vielleicht nicht ganz so gut Ah jetzt aber Oh, noch keiner tot? Nein Ich bin anscheinend Impostor Aber ich kann nur Äh, Crewmate Sachen machen Wählt mich mal raus Wir starten das Spiel mal neu Was? Äh, wieso kannst du das noch? Ich hab keine Ahnung Okay Das ist für mich kill Voll komisch Kannst du mich kill? Nein Ich kann aber Task erfüllen Okay What the fuck? SLN, du bist tatsächlich Crewmember Ja Aber In my Taskbar stand Äh, Sabotage and kill everyone Oh, okay The fuck war das Fuck it Ja, das war's dann mit ner Komischen Folge Mit nem Zeit Nicht sabotieren oder sowas Es hat sich schon gelohnt, Leute Ja? Wir sehen uns am nächsten Mal wieder Bis dann, euch kam die Tor dran und ciao